Und ich lasse einfach mal an dieser Stelle ein paar Bilder sprechen, also zieht's euch rein und lasst die Hände über der Bettdecke. Hallo meine lieben Filmfans und Freaks, willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar wurde ich getaggt zu dem Tell the Truth Tag, also schön die Wahrheit sagen und getaggt wurde ich vom lieben Stone Coet, der sich mit ein paar anderen, die haben die Köpfe zusammengesteckt und haben auch noch mal einen Tag rausgehauen und ich würde auch sagen, lass einfach direkt anfangen und das sind jetzt, ich muss noch mal kurz gucken, das sind 17 Fragen und die versuche ich so schnell wie möglich, damit das Video nicht zu lange wird, zu beantworten und am Schluss werde ich noch eine Person taggen, die auch die Wahrheit sagen muss. So, fangen wir an, hier sind die Fragen. Erstens, welcher Film beschreibt deine Sicht auf das Leben und die Menschen am besten? Die Sicht auf das Leben und ja, ich sag mal so, das würde eher so in Richtung Walking Dead gehen, ja, da fühle ich mich irgendwie, ja, umgeben von irgendwelchen hirnlosen Zombies und ja, das wäre so meine Art und Weise, ich will da versuchen, ein bisschen was Politisches irgendwie wegzulassen. Also ich fühle mich halt manchmal so von irgendwelchen Mitmenschen oder so, ja, wie soll ich sagen, die laufen halt für mich in der Welt rum wie hirnlose Zombies, ja, von daher würde ich einfach mal sagen, Walking Dead ist zwar kein Film, aber ja, um einfach mal jetzt was gesagt zu haben. Zweitens, wenn du oder dein Leben ein Film wäre, welcher Film wäre es dann? Gibt's eigentlich gar nicht, aber ich sag mal so, also ich hab wirklich lange überlegt und mir ist wirklich nichts eingefallen, was auf mich passen würde, aber jetzt so, wo ich hier gerade so alles ein bisschen vorbereitet hab, ist mir eingefallen, es gibt, ich bin ja Koch und es gibt ja den Disney-Film Ratatouille, ja, der hat was mit Kochen zu tun. Also, deswegen sag ich einfach mal Ratatouille, keine Ahnung, schwierig. Drittens, wenn du das Ende deines Lieblingsfilms umschreiben könntest, wie würde die Story ausgehen? Muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht, weil ich hab nicht nur einen Lieblingsfilm, ich hab mehrere. Und, ähm, um jetzt mal zum Beispiel einen zu nennen, ähm, den, ähm, ja, Turbo Kid zum Beispiel, ich würde da gar nichts dran verändern, ja, auch nicht das Ende oder so, deswegen ist es ja mein Lieblingsfilm, ja, den mag ich von Anfang, äh, den Mittelteil und das Ende, so wie er ist und deswegen ist es halt einer meiner Lieblingsfilme, deswegen, wie gesagt, würde ich da gar nichts, ähm, ja, äh, umschreiben. Viertens, endlich, ja? Ja, äh, welcher Film weckt in dir erotische Fantasien, in Klammern Pornos ausgeschlossen? So, das war's, ich mach nicht mehr mit, nein. Ähm, ich hab mir ja von einigen auch schon den, äh, die Tech-Antworten angeguckt und viele waren ja am rumdrucksen und kamen mit der Sprache nicht raus und so. Ähm, fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, ja, ihr Mörbchen. Und, ähm, ich lass einfach mal an dieser Stelle ein paar Bilder sprechen, also. So, zieht's euch rein und lasst die Hände über der Bettdecke. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was erotische Fantasien angeht, dann weiß ich es nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das ist auch eine schwierige Frage. Aber ich würde auch versuchen, von Turbo Kid ein Remake zu machen. Weil diese Art von Film, dieses Retromäßige, da hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, ohne das irgendwie zu, natürlich besser zu machen, aber zumindest gleichbleibend würde ich einfach mal sagen, Turbo Kid. Also eigentlich war schon immer mein stiller Superheld tatsächlich Spider-Man. Also der hat mich damals von den Comics her total gepackt, auch vom Charakter her, so wie er sich gibt und so. Das war halt mein absoluter Superheld. Also ist er natürlich immer noch. Ja, ich sehe den noch unheimlich gerne, aber wer den für mich halt ganz gut verkörpert hat, der macht das leider nicht mehr. Das behalte ich jetzt mal für mich, was gut ist. Deswegen sage ich jetzt mal Spider-Man, aber das ist ja jetzt egal. Äh, Serienkiller. Boah, hm. Habe ich auch mit mir gehadert. Aber es ist Jason Voorhees, ja. Es gibt ja auch einen Teil, der heißt Jason Takes Manhattan, ja, tatsächlich. Und ja, soweit ich weiß, also zumindest in den Comics war es so, in den Filmen weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, da fliegt Spider-Man ja auch ein bisschen durch Manhattan, durch die Gegend. Und ja, so unwahrscheinlich kann es ja gar nicht sein. Also, ja, quasi so eine, eine Morde erschüttert Manhattan und Spider-Man ist auf dem Weg, das irgendwie aufzuklären. Und ja, keine Ahnung, da gibt es ein spannendes Duell, vielleicht irgendwo in der Hinterhofgasse, ja, nachts. Äh, da hat mich gerade einer angeschrieben, sorry. Ähm, und da gibt es dann irgendwie einen Showdown. Aber wer das gewinnt, keine Ahnung. Ähm, siebtens. Äh, CGI oder Handmade? Welche Effekte bevorzugst du? Natürlich, äh, immer wieder gerne, äh, in erster Linie Handmade-Effekte, ja. Ähm, da ist noch richtig Liebe dahinter. Da wurden, da wurden sich Gedanken gemacht. Da wurden coole, ähm, ja, ähm, Animatronics-Sachen gebaut, ja. So, ähm, wo irgendwas mit, ähm, so halb, halb elektronisch. Und dann wurde da so Latex drüber gezogen, zum Beispiel. Oder, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, die Kritas oder so. Das sind ja auch so Handpuppen zum Beispiel. Und so weiter und so fort. Finde ich natürlich, bevorzuge ich, würde ich immer wieder vor, äh, bevorzugen. Aber, ähm, heutzutage die Filme, die funktionieren leider nur mit CGI, ja. Ähm, von daher, ähm, ist es da schwierig, mit Handmade-Effekten irgendwie was zu machen. Natürlich könnte man auch beides kombinieren. Das wäre bestimmt auch eine geile Sache, je nachdem, was es ist. Aber zum Beispiel, um jetzt mal bei dem Thema Superhelden zu bleiben, äh, ich sag jetzt mal, äh, keine Ahnung, Avengers, Guardians of the Galaxy. Wie willst du sowas mit Handmade-Effekten machen? Das ist schwierig bis gar nicht, äh, um, umzusetzen. Ähm, ja, und wenn, dann würde so ein Film bestimmt irgendwie drei Jahre in Produktion gehen oder was weiß ich. Ähm, heute wird ja schon ein Film angekündigt, ähm, ja, Drehstart ist, was weiß ich, Herbst 2020 und, ähm, dann sind sie schon im Frühjahr 2021 fertig, ja. Also es geht ja auch alles heute ruckzuck. Aber wie gesagt, in erster Linie würde ich Handmade, ähm, bevorzugen, äh, bin dem CGI aber nicht abgeneigt, wenn's gut gemacht ist. Äh, genau, das wollte ich noch sagen. Was ich zum Beispiel kacke finde, ähm, um jetzt mal ein Beispiel, ähm, zu nennen, äh, bei John Wick, ja, dieses, pfff, äh, diese, diese Kopfschüsse zum Beispiel. Warum muss das CGI-Blut sein? Das ist doch scheiße. Also, wenn das so der einzige Effekt ist, ich mein, das hätte man doch auch irgendwie wie früher machen können. Das wäre doch viel geiler gewesen. So, äh, achtens. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, was mit eurer Sammlung passiert, wenn ihr nicht mehr seid? Äh, vererben, vorher verkaufen oder, ähm, ja, da das ja sehr, sehr viel ist und immer noch mehr wird, ähm, wollte ich mich eigentlich mal damit begraben lassen. Aber, ähm, wie gesagt, das ist einfach viel zu viel. Und ich werd's, äh, definitiv vererben. Und dann können, äh, die Nachkommen damit, äh, machen, was sie wollen. Natürlich wär's geil, wenn sie das, ähm, Hobby weiter pflegen würden. Ähm, aber in erster Linie, keine Ahnung, können sie es auch dann verkaufen oder sonst irgendwas damit machen. Von mir aus mal eine Beerdigung damit bezahlen oder was. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. Äh, neun. Rasende, infizierte oder langsam schlurfende Untote? Was gefällt dir besser bei Zombiefilmen und warum? Ähm, ja, viele sind ja am Meckern, ähm, ja, Zombies rennen nicht, bla bla. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn zum Beispiel gerade jemand frisch infiziert ist, warum sollte er nicht rennen können? Ja, der ist ja noch nicht ganz so verfault irgendwie. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, ähm, dadurch wirken die Zombies auf jeden Fall noch bedrohlicher, äh, noch gefährlicher. Und, ähm, ja, ähm, ich hab das, glaube ich, zum ersten Mal gesehen bei Dawn of the Dead, meine ich. Ähm, und da gibt's ja auch so eine Szene, wo ein Zombie von der Seite zu sehen ist. Und, ähm, ja, dann wurde da irgendwie gerade ein Geräusch gemacht oder so. Und der dreht sich um und man sieht, der hat nur so einen halben Arm und dann fletzt der drauf los. Ja, ich finde das schon heftig. Also, bei den Klassikern, dass, äh, dass das langsam, wie langsam schlurfende sind, finde ich auf jeden Fall nicht schlimm. Ich finde beides gut, wie gesagt. Ähm, und, ähm, ja, wie gesagt, ich kann mit denen, ähm, dadurch, dass die anderen ein bisschen schneller sind, ähm, finde ich nicht schlimm. Ähm, zehntens, von welchen zwei Filmfiguren, sei es Horror oder Marvel DC, würdet ihr euch einen Spin-Off wünschen? Äh, ein Spin-Off ist doch, wenn eine Figur aus einem vorhandenen Film was Eigenes bekommt, richtig? Buh, ähm, ja. Ja, da muss ich, Horror wüsste ich jetzt gerade gar nicht aus dem Stehgreif. Ähm, das Einzige, wo ich mir jetzt Gedanken gemacht habe, zwei Filmfiguren kriege ich jetzt nicht auf die Reihe, ähm, aber es gab ja zum Beispiel bei, ähm, Deadpool den Kolossus. Ähm, und, ähm, zumindest bei den damaligen Büchern war es so, ähm, hat Kolossus einer Gruppe angehört, die Gruppe X hieß, ja, mit nochmal anderen Charakteren. Weiß ich nicht, wie viele Charaktere das insgesamt sind, die diese Gruppe X bilden, aber das würde ich zum Beispiel gerne sehen, ja. Äh, ich meine, das wäre Kolossus gewesen. Ich bin mir da ziemlich sicher. Ähm, ja, wie gesagt, da würde ich mir gerne mal eine andere Story wünschen. Vielleicht kommt es ja noch, ähm, keine Ahnung. Puh, weiter. Ihr seht, ich versuche das Tempo anzuheben. Ähm, elftens, Halloween 3 und Freitag der 13. 5, die wohl unbeliebtesten Teile der jeweiligen Reihe. Aber sind sie wirklich so viel schlechter als die anderen Filme oder liegt es nur daran, dass Michael und Jason hier mal nicht im Mittelpunkt stehen? Ähm, ja, äh, Halloween 3 ist, äh, Season of the Witch, äh, finde ich ein richtig guter, äh, Horrorfilm. Ähm, natürlich ist das irreführend, wenn der natürlich heißt, äh, Halloween 3, ja. Was sie sich jetzt dabei damals gedacht haben, weiß ich jetzt auch nicht, habe ich jetzt nicht, äh, recherchiert. Aber, ähm, schlecht finde ich den auf gar keinen Fall. Ähm, das macht ja auch Tom Atkins, ich wollte gerade Scott Atkins sagen, aber das ist ja hier, äh, hu, ha, hu, hu. 1A Parodie. Ähm, ne, Tom Atkins macht damit, absolut toller Film. Wie gesagt, äh, einfach mal nicht lesen, dass da Halloween 3 steht, sondern nehmt euch vor, der Film heißt Season of the Witch und dann funktioniert das auch, ja. Freitag der 13. Teil 5, äh, ein neuer Anfang war ja, wo Tommy Jarvis sich immer noch nicht da erholt hat von seinen Angriffen von Jason. Und dann nochmal irgendwie, äh, in ein Camp geht, um das irgendwie auszukurieren. Ja, ich erinnere mich dunkel, ähm, kann ich auch nichts Schlechtes gegen sagen. Also, wie gesagt, die, ähm, die ganzen Freitag der 13. Filme, die sind alle, für sich sind die unterschiedlich und auf ihre Art und Weise auf jeden Fall gut. Also, ich hab auch nicht so mitbekommen, dass der irgendwie unbeliebt sein soll. Ähm, deswegen kann ich da nichts Schlechtes sagen. Äh, also, natürlich ist er da, äh, ich weiß nicht, ist er da gar nicht zu sehen? Oder? Kann mich leider nicht mehr erinnern. Aber wie gesagt, ich hab den jetzt nicht als Schlecht in, äh, in Erinnerung. Von daher, ähm, ja, weiter geht's. Zwölftens, was war dein erster Film? In Klammern VHS. Ähm, da geh ich jetzt einfach mal auf die Videothekenzeit zurück. Äh, und da hab ich mir nicht einen, sondern zwei Filme damals ausgeliehen. Ähm, das war einmal... Irgend so eine schwarze Edition, ja, irgendein schwarzes Cover mit, äh, Zombie. Das ist Original. Und, ähm, da wusste ich, ich weiß nicht mehr woher, da wusste ich, nämlich, das ist Zombies im Kaufhaus. Also, ich kannte den damals nur unter diesem, äh, Titel. Und, äh, den hab ich mir damals ausgeliehen. Und, ähm, Invasion der Zombies hab ich mir ausgeliehen. Ja, ich wollte damals, äh, direkt wo ich 18 war, bin ich zack in die Videothek, hab mir einen Ausweis ausstellen lassen und wollte unbedingt Zombie-Filme gucken, weil ich das vorher noch nie gesehen hab. Und, äh, da hab ich halt dieses, äh, geile Cover, was ich heute immer noch mega geil finde, ähm, gesehen von Invasion der Zombies. Und, äh, und dort hab ich auch das erste Mal halt diese, ähm, Gedärme fressenden Viecher gesehen. Und da war mir damals ein bisschen schlecht, ja, aber ich fand's geil. Also, wie gesagt, äh, Zombie war mein erster Film und, äh, Invasion der Zombies. So, äh, wann fing es circa bei dir an, Filme systematisch zu kaufen und zu sammeln? Und wie kam es dazu, dass es zum Hobby wurde? Äh, ganz einfach, ähm, ja, wenn man so will durch meine Familie, weil, ähm, mein Cousin hat, äh, der ist ein bisschen älter als ich, der hat auch schon angefangen mit, äh, Filme zu sammeln und zu gucken und hat mir dann auch so ein paar Sachen gezeigt. Ey, Olli, guck mal hier und so weiter. Äh, und mein Vater hat auch unheimlich viel vom TV und so auf, aufgenommen. Und der hat zum Beispiel damals seine VHS in diese Hardboxen reingetan, die so aussehen wie so ein Buch, ja. Die, die waren auch so, ja, mit so Kunstleder überzogen und hat, hatte so, so goldene Applikationen. Weiß ich jetzt nicht, wie das heißt, ja, aber, äh, und die waren dann, halt in, ja, in, in dem Schrank drin und es sah halt aus wie so Bücher, ähm, wie richtig teure Lektüre, aber dorthinter waren halt die ganzen, äh, krassen Filmchen und so. Mein Vater hat auch so Alien aufgenommen und auch Freitag der 13. und hat die auch von irgendwoher kopiert, ich glaub von seinem, von seinem Bruder damals oder so. Und so hat das dann eigentlich damit angefangen irgendwie, ne, ähm, als man das dann richtig wahrnehmen konnte, ähm, was man da eigentlich sieht und so weiter, äh, und als ich dann mein erstes Geld verdient hab, ab da hab ich halt quasi angefangen, äh, auch, ja, Filme zu kaufen, ja. Dann hast du dir, am Anfang ist das immer natürlich was Neues, ja, dann, keine Ahnung, oh, ich will alles von Stück langsam haben, ich will die ganzen Teile davon haben, ja, dann hast du auch erst mal so Ziele, ja, dann holst du dir alles, was geil ist und irgendwann denkst du dir so, brauche ich das noch? Aber, ja, um mal ne, ne, ne Zahl zu nennen, ich sag jetzt mal so mit 13, ungefähr so mit 13 Jahren hat's bei mir richtig angefangen mit, äh, kaufen und sammeln und, ähm, ja, und so wurde's dann ein Hobby bis heute noch, ja, find ich richtig cool. Und, ähm, ja, 14. Welche Filmreihe, Serie magst du überhaupt nicht, obwohl immer noch mehr Teile, Staffeln rauskommen? Äh, ganz klar Walking Dead, ähm, das ist so eine Kacke mittlerweile, ähm, also ich hab auch, äh, ich glaub, wer hat das denn noch gesagt? Äh, weiß ich nicht mehr, ähm, ich hab auch nur, ähm, bis, äh, die Staffel geguckt, wo Negan aufgetaucht ist, ja, der hat versucht, nochmal irgendwie so frischen Wind reinzubringen, aber die Folgen waren alle so langweilig irgendwie, äh, und dann auch teilweise unnötig in die Länge gezogen, ja, dann so, dann wurde das, äh, dann wurde so eine komische Sache mit dem Governor damals, das wurde so über zwei, drei Folgen gezogen, da dachte ich mir so, was sollen das? Und diese ganzen Flashbacks und einfach nur langweilig, ja, da ist, ähm, Walking Dead ist nicht mehr dieses Thema im Vordergrund, ja, da geht's eigentlich nur noch um gute Zeiten, schlechte Zeiten, äh, und es ist auch immer derselbe Ablauf, ja, die, die Gruppe, die, die setzt sich irgendwo fest, ja, die stationieren sich irgendwo, dann verfeinden die sich mit irgendjemandem, dann ist ein großer Kampf, ein großer Krieg, alles ist kaputt und die ziehen wieder weiter, ja, dann ist vielleicht noch irgendeine tragende Rolle, ist gestorben, ähm, und dann, so ist es, so hat es sich für mich immer angefühlt, ja, also von daher, hört einfach auf, lasst die Serie sterben, das ist vorbei einfach nur. Äh, 15, alte Herrenhäuser, idyllische Kleinstädte oder einsame Waldhütten, etc., welches Setting bevorzugst du in Horrorfilmen, beziehungsweise ist für dich am atmosphärischsten, am atmosphärischsten, ähm, ja, natürlich alles, was, äh, in Wäldern zu tun hat, definitiv, wobei ich bei alten Herrenhäusern und idyllische Kleinstädte finde ich auch geil, ja, ähm, um jetzt trotzdem mal, äh, einen Zombiefilm zu nennen, ähm, ja, wenn da eine Kleinstadt ist, die so verlassen ist und, ähm, wo schon, ja, keine Ahnung, wo schon alles, äh, kaputt ist und Scheiben eingeschlagen und irgendwelche ausrangierten Autos da stehen, kann auch, ähm, definitiv atmosphärisch sein, ja, Herrenhäuser, da wird mir jetzt irgendwie nur so, was gibt's denn für Filme in Häusern, ähm, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber, ähm, klar, kann auch, kann auch geil sein, aber ich finde den Wald, ähm, schon sehr spooky, muss ich sagen, äh, 16, Hobbyaufgabe durch Partnerschaft, äh, ähm, würdest du dein Hobby zurückfahren, vielleicht sogar komplett aufgeben für deinen Partner? Es kommt natürlich auf die Situation an, ja, also, ähm, ich glaube, jeder Filmsammler, der in einer Partnerschaft ist, der kennt dieses Thema bestimmt schon mal und es wird auch bestimmt schon mal von einigen, äh, angesprochen, ähm, so nach dem Motto, schraub doch mal zurück, kauf nicht so viel und so weiter und so fort, hab ich auch schon hinter mir, ja, gebe ich zu, ähm, es ist natürlich auch schwierig, ja, es ist, es werden immer neue Filme rauskommen und, ähm, natürlich will man das meiste davon irgendwie haben, ähm, aber das meiste steht ja sowieso einfach nur rum, sag ich mal, ähm, also, ich würde es zurückfahren, ja, mache ich ja sowieso schon, ähm, aber mittlerweile sehe ich es auch teilweise wirklich ein, ähm, aber komplett aufgeben, ich sag mal so, wenn dein Partner dich wirklich liebt oder deine Frau oder dein Mann oder wie auch immer, ähm, der wird es auf eine Art und Weise bestimmt akzeptieren und man kann sich bestimmt irgendwo einigen, ja, also von daher zurückfahren, gar kein Problem, sehe, habe ich ja auch eingesehen, ja, ähm, aber aufgeben, nein, das ist mein Hobby, ähm, ich meine, wenn jetzt, äh, meine Frau, äh, gerne backt oder so, dann sage ich ja auch nicht, äh, hör mal hier, die KitchenAid, die kannst du aber mal langsam hier, ne, diese, eine Tonne, ne, also, ich finde, da sollte schon so ein Geben und Nehmen sein, sage ich mal, die letzte Frage, ähm, 17, MRA, Steelbook, Mediabook oder Hardbox, wenn du dich entscheiden müsstest, nur noch eine Variante kaufen zu können, für welche würdest du dich entscheiden und warum? Auch sehr schwierig, ähm, ich sag mal so, ich lasse jetzt mal die MRA außen vor, Steelbooks ist, ist im Moment bei mir an allererster Stelle, äh, Mediabooks gehe ich langsam immer weiter weg, äh, davon, Hardboxen finde ich auch unheimlich geil, aber nur die alten Sachen und, ähm, das ist der Punkt, ja, ähm, die Filme, die mich interessieren, die heute so rauskommen, äh, die kommen leider nicht in der Hardbox raus, von daher weg. Mediabooks, wie gesagt, distanziere ich mich im Moment von, weil das einfach für mich total alles übertrieben ist, man wird sowieso da nur noch verarscht und das, was mich da auch, äh, interessiert, bekomme ich auch in anderen Editionen, von daher Mediabooks auch weg. Bleiben nur noch MRAs und Steelbooks. Das meiste kommt in der MRA raus, deswegen würde es, ähm, Sinn machen, die MRA zu nehmen, aber, ähm, ich bin im Moment so Steelbook fixiert irgendwie und, ähm, von daher sage ich einfach mal die Steelbooks, ja, so, das war der, sag die Wahrheit, Tag, ja, vielen lieben Dank, ähm, dass ich mitmachen durfte, hat Spaß gemacht, man musste doch, äh, teilweise schon ein bisschen, äh, die kleine Erbse anstrengen und, ähm, ja, jetzt, ähm, bleibt mir nur noch eine Person zu taggen, und zwar tagge ich hiermit den Cybertronen-Folder, den Mike, ja, mein Lieber, äh, hab viel Spaß damit, ähm, und bin auf deine Antworten gespannt und, ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank fürs, äh, äh, mal schauen, bin gut in der Zeit. Und, äh, ja, wie gesagt, macht's gut, äh, bis dann zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, euer Mojitika, tschüss!